Menschen mit sichtbarer Beeinträchtigung wünschen sich soziale Akzeptanz und möchten als ebenbürtig angesehen werden. Ungewöhnliche Aufnahmen und Skulpturen einer neuen Ausstellung im Thüringer Landtag zeigen dies. Die Wanderausstellung des Sozialdenker e.V. Berlin macht als Auftakt für eine Reise durch die Bundesländer Station im Freistaat. Landtagsvizepräsidentin Margit Jung eröffnete die Schau im Funktionsgebäude des Thüringer Landtags. Meine Damen und Herren, Barrierefreiheit sind in der Debatte um Inklusion ja ein geflügeltes Wort. Meist verstehen viele darunter nur den Treppenaufgang. Es bedeutet aber weitaus mehr. Den Beruf, die digitale Welt, den Sport, um nicht zu sagen die ganze Welt. Manche sind auch der Meinung, dass Barrierefreiheit nicht überall durchsetzbar ist, dass Inklusion auch ihre Grenzen hat. Aber ist das wirklich so oder setzen wir uns selbst nicht diese Grenzen? Die Ausstellung stellt jeden Besucher vor die Herausforderung, sich auf den Wunsch der Abgebildeten nach Wahrnehmung einzulassen. Das Veranstaltungskonzept ist zudem nicht nur thematisch inklusiv, sondern auch in seiner Erlebbarkeit und medialen Aufbereitung. Menschen mit Sinnesbehinderungen wird die Informationsaufnahme barrierefrei ermöglicht. Die Schau ist noch bis zum 13. Januar zu sehen.